Hallo zusammen und willkommen zu Dead by Daylight. Ich spiele das Ganze mit Tenendo und wir haben das Spiel zuvor wirklich noch nie gespielt. Deswegen seid ein bisschen nachträglich mit uns, weil wir nix können. Aber vergesst dich zu bewerten. Viel Spaß. Boah, das sind Totenköpfe. Oh Gott, du siehst ja genauso aus wie ich. Warum? Oh, da kann man eine Figur auswählen. Als ob. Oh. Man hat voll die Eile. Alter sind wir dumm. Ja gut, ich mein, wir haben halt nur nix zum Skill, ne? Von daher ist halt... Ja, wir spielen jetzt ein bisschen im Menü, ne? Los, bereit, bereit, bereit! Oh, warte. Ah, okay. Bitte, bitte. Oh, wir gehen los. Oh, oh! Ich bin gespannt. Äh, weißt du, was wir machen müssen? Nee, ne? Wir müssen auf jeden Fall überleben. Du hast einen Verbandskasten, du bist der Healer. Nee, nee, ich bin vorne rechts, der ohne Bart. Achso, der hat sich im Bart schon erspielt. Boah, ist das ledigend? Oh, oh, oh! Werkstatt! Wieder vereint! Gut, gut. Wer bist du? Du ohne, ne? Ohne Bart. Ich bin ohne Bart. Da findet doch schon einer. Bist du weg oder der ohne Bart? Mit Bart? Hä? Ähm... Irgendwie sind alle weg. Hä? Warum kann ich meine Maus nur nach links... Wat? Ich kann mich nicht rundum gucken, okay. Ist das ein bisschen begrenzt? Ist das echt immer so begrenzt? Warum? Ich weiß, also ich dachte erst mal, eine Maus ist kaputt. Hallo. Oh, da unten sind die. Ah. Oh, komm schnell, komm schnell, hier ist ein Motor. Oh, da ist ein Kettensägen, Mann! Wer hat dir das erwartet? Ich weiß, wie vor du bist. Oh, der kommt zu mir. Der kommt zu mir. Oh mein Gott. Okay. Wie kann man den denn abschütteln? Äh, renn einfach, würde ich sagen. Ich renne die ganze Zeit im Kreis. Wie kann ich das reparieren? Ich raff das nicht. Was ist ein M1 für eine Tastel? Oh, der hat mich verarscht. Der kam mir entgegen. Bist du noch tot? Ne, ne, noch nicht. Ah, guck mal, da ist jemand. Du hast da eine Hilfe, äh, Erste Hilfe-Kasse. Aua! Scheiße! Erhole dich noch. Okay. Was macht der mit mir? Ich weiß nicht, wo bist denn du? Der, der hat, äh, warte mal, der hat mich auf den Schultern. Guck mal nach links. Hinter dir. Hä? Bitte, bitte rette mich. Ich weiß nicht wo. Da, da bist du. Lol. Hey, lass dir in Ruhe, Junge. Hä? Au! Nein! Das ist mein Freund. Nein! Au! Erholen, M1, was ist denn das für eine Tastel? Dafür möchte ich doch verarschen, Mann. Oh, ich habe VLC-Player geöffnet. Man kann mir doch voll die Kopf und Knöpfe drücken. Oh, ist mich tot. Oh, ich bin geopfert. Oh, ich kann niemals mehr zugucken. Bist du tot? Ich glaube schon, ne? Ja, da kamen so Arme runter. So Arme. So Tentakel, glaube ich. Da kamen so Arme runter und die haben nicht entführt. Die haben mir jegliche Elektrogeräte entzogen. Ah, guck mal, hi. Oh, guck mal, ich kann dich bewerten. Ja, bewert mich mal. Super cooler Typ, der keine Ahnung vom Spiel hat. Geht zuerst keine Kategorie aus. Kommunikationsmissbrauch. Der labert einen nur zu der Döspaddel. Komm, den an, aber werden wir auch noch. Junge, was ein Knecht. Boah, Alter, ist der beste Teil des Spiels. Einfach bewerten. Wollt's. Pass auf, den Erstplatzierten gibt mit seinen Skills an. Das ist wie so ein Ebay-Ding. Ja. Alles top, gerne wieder. Ja, alles top, gerne wieder. Die Standardbewertung. Alles top, gerne. Gerne wieder. Absenden. Bei dem anderen, was ich jetzt versandt habe, hat ein bisschen länger gedauert. Bisschen gedauert. Leider nur vier Sterne. Aber wahre ist top. Da müssen wir bereit sein, um nachher bereit zu sein. Ja, ich bin bereit. Aber hast du da denn jetzt verstanden, weißt du, was du machen musst, wenn du am Haken hängst? Ja, ähm, kannst du die Regie nochmal fragen, was die Generatoren bringen? Regie, ähm, was bringen die Generatoren? Das Entkommen. Okay, ich hätte jetzt irgendwie mehr erwartet nach. Ach ja, das lädt ja immer so lange, ne? Warum gibt's da keine 100%-Anzeige? Ich weiß es auch nicht. Warum gibt's da keine Minispiele? Oh, Grubenschlacht. Grubenschacht. Psch, ist auch eine Schlacht. Okay. Da sind das, ein Rabe. Bist du bei mir in der Nähe? Ich hab Angst. Wey, undefinit. Das Geile ist, ich hab ja noch nix. Oh, warte mal, das ist eine Frau. Benzin. Geh mal ran in der Map, dann kann keiner hinter mir sein. Ich glaube, das ist bestimmt ein Rückwert in so Stacheln ran und wird tot. Wenn das geht. Oder in Sumpf. Okay, einfach so unter. Okay, hier ist nix. Oh, ich hab eine Kettensäge. Oh ja, Masterkiller. XX Masterkiller ist schon down. Junge, du bist richtig am Masterkiller. Ach, da hinten. Guck mal, er wird genommen. Ja, cool. Nice, richtig schön genommen, der Junge. Ich habe einen Generator gefunden. Ja, ich suche hier gerade Benzin, aber ich finde einfach nix. Reparier den gerade, das dauert ewig. Oh, ich bin geradeaus von dir. Okay, ich höre nur eine Kettensäge. Ich weiß auch nicht, wo. Reparieren war nicht so gut. Der ist leider explodiert. Lol. Rechts von dir bin ich. Da rechts. Hi. Ah, ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken von deiner Frisur. Ja, das hab ich auch in real life. Oh, ich hab eine Kettensäge. Ja, ich auch, aber wo ist der? So, hier ist ein Generator. Aber ich hab immer noch kein Benzin. Aber wir müssen den ja erst mal reparieren, ne? Ja, der läuft schon irgendwie, glaube ich. Oh, oh. Mein Herz schlägt lauter. Bisschen Angst gerade. Ich auch. Bom, schlägt mein Herz. Da bist du. Mach doch nicht so einen Lärm, Mann. Ich wollte nur noch was umklappen. Ja, ja, ja. Ich repariere mal. Halt mal. Deck mal hier mich. Deck mal hier mich. Was soll ich machen? Oh, sehr gut. Das macht dein bestimmen nicht an. Was ist das denn hier? Oh, äh, was? Totem? Cleanse Totem. Was ist das? Cleanse Totem. Oh, da kommt der. Pau, oh. Boah, Alter. Ich cleanse Totem. Der sieht mich nicht. Loll, ich hab das Totem gekleanselt. Okay, ich renne weg. Oh, sehr gut. Ich hab den abgehangen. Aber dann hab ich nicht. Oh. Hilf mir. Gewagt. Ich hab, ich hab Stilpunkte bekommen. Wie, hilf mir. Warte mal, ich renne jetzt hier um das Haus rum. Hier muss doch irgendwo Benzin sein. Ich hab nur ein Cleanse Totem gefunden. Der ist ins Haus gelaufen. Ich bin rausgelaufen. Alter, was ist das? Du bist richtig, richtig gefährlich da unterwegs, ne? Nein, er hat mich. Er holt mich. Nein, Junge. Lopp, 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 lopp. Nein, du musst mich retten. Erträgt mich. Wer dich, bitte. Komm, hier, der XX Masterkiller, der macht das. Der weiß, wie das ist. Hier ist noch ein Cleanse Totem. Nein, das häng ich am Haken. Du Schuss. Okay, okay. Warte, Mausfluchtversuch. Sehr gut. Komm, du schaffst das. Oh, Loll. So, Cleanse Totem hab ich auch gemacht. Clean singen. Ah! Oh, er hat mich schon wieder... Ja, genau, das ist eine gute Taktik. Lenk den einfach ab. Mach das schon. Mach alles fertig, ich seh dich da hinten. Werde ich doch! Och Mann, jetzt bin ich hier in der Sackgasse, ernsthaft? Oh Mann. Aua! Du bist am Haken, du. Vor allem, wie kann man... Oh, boah. Mann, Mann, Mann. Kämpfen! Kann nicht einer helfen? Dahin ist ein Generator. Renn da mal schnell hin. Loll! Reparieren! Steht mich gerettet, jetzt hängen sie am Haken. Ja, ich mach das hier. Generator... Alter, wie lange das hat einfach dauert! Ja, richtig! Oh! Was? Was? Base drücken? Hä? Ich seh dich im Hintergrund nur kriechen, oder? Ne, das will ich nicht. Achso. Die Brau haben mich gerettet. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, toll, das muss ich von neu anfangen. Oh nein! Wie soll man den Kack denn hier schaffen? Ich wollte sie doch retten, aber hat nicht mitgebracht. Das ist doch schon so ein bisschen spannend, ne, wenn man die ganze Zeit rettet. Oh! Oh, ich hab's geschafft. Sehr gut. Ja, ist schon spannend, ja. Wenn man so 100 Jahre... Das ist halt so der Inbegriff von einem Horrorfilm, weil... Ach, komm, leck mich doch. Hast du jetzt was geschafft? Ne, ja, ich repariere gerade den Generator hier, aber... Oh! Schneller! Der kommt doch jetzt! Die kann mich... Oh, die kann mich behandeln! Behandeln? Psychiatrisch, oder? Was macht die denn da? Die rubbelt mir meinen Körper an? Okay. Die rubbelt deinen Körper? Nice! Was passiert da bei dir? Ich bin da geheilt, aber... Jetzt verstehe ich ja so langsam, warum das am 18 ist das Game. Oh, toll. Jetzt bin ich mal zurückgefickt hier. Einmal kurz hier aufgepasst, ne? Gibt's doch nicht. Oh, oh. Der ist hier. Der ist hier. Ich merke das. Oh, oh! Rennen! Ah! Okay, er hat mich. Echt? Ja. Warte, wo bist du? Ah, da bist du. Ich hab fast den Generator fertig gehabt, Mann. Was soll denn der Scheiße? Lass mich runter. Achso, ich kann mich auch wehren. Genau, wehre dich mal. Weh... Ne, ich bin schon der Haken. Ich bin schon... Aber meine Leute, die holen mich da jetzt runter. Ich weiß das. Der macht den Generator wieder kaputt. Oh, ist der gemacht. Was? Das kann er nicht machen. Ich glaub, der bewacht dich. Geh, wenn der einen jetzt den ablenkt, kann ich dich holen. Äh, jetzt hol dich die, äh, sie schon. Oh, oh. Warte mal, die befreit dich. Nice, nice. Hol mich runter. Danke. Tschüss. Bis unten? Ja. Pass auf, die rubbelt dich jetzt. Rubbel mich. Geil, ihr rubbelt. Machst du mir schön den Rücken, Baby. Ja, so ist gut. So ist gut. Boah, alle waren ganz ausgezeichnet. Das ist Teamwork. Oh, oh. Da ist er. Ah, lalalalala. Oh, Felix. Renn auf. Nee, komm schon. Aber schon wieder. Erholen. Oh, nice. Ist der weg bei dir? Äh, ne, rennt ihr hinterher. Ah, danke für die Info. Hahaha. Ich erhole mich grad ein bisschen, ne, ein bisschen liegen. Oh, die rubbelt mich schon wieder. Schön am Rubbeln, die alte. Oh, alter. Ah, boah. Sehr schön. Da liegt er, da liegt er. So, da kommt er angerannt und rennen. Weg hier. Oh, Mann, da haben wir ja schon. Lalalalala. Wie lang dauert denn er holen, bitteschön? Erholt er mich. Er erholt mich. Er holt mich. Ach so, er holt dich, wirklich. Oh, fertig. Wären. Ne, Wären bringt ja mal nix. Genau, trag mich durchs Feuer, Kollege. Oh, jetzt hängste, ne? Ja, leider schon. Ich versuche dich zu retten. Oh, da ist nix dran mit retten, ich bin instant tot. schutzwald das meck müll im anwesen okay übrigens bin jetzt der kisten looter 9000 kisten looter 9000 scheppach ich bin der reparateur 9000 aller fünf generatoren müssen wir reparieren links unten ich bin der bohr ja ich habe eine karte gefunden okay wie sorry warst du dort explodiert acht space muss man nur in einem bestimmten bereich drücken ja ja ich bin ein kack nur bin im spiel auf von 1 ok ich sehe dich da hinten ja ich bin gerade auf dem boden sind nämlich gerade ja ja ich sehe dich ich werde ich gleich retten das gut ja warte kein problem ich hatte dich gleich wenn er hochkommt allerdings ding gemacht bitte online ist unsichtbar loll fluchtversuch jetzt kämpfen ich kämpfe gerade der ist da kommt rein gestorben nein ich nicht noch am boden der kann sie unsichtbar machen wir als ich das sehen da würde ich jetzt erstmal ein paar bewertungen schreiben das stimmt aber hier was auf vorsätzliche spielbehinderung alles klar das war dead by daylight wenn ihr mehr sehen wollt von tenendo guckt meine video beschreibung da ist der gute verlinkt und ansonsten wenn ihr von einem spiel mehr wollt gibt einen daumen nach oben bis zum nächsten spiel haut rein tschüss